Hm, ne. Sieht sehr zu aus tatsächlich. Warum hat man die Treppe dann hier hingemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir ja später noch dahin. Das könnte schon sein. So, mal schauen. Äh. Ah! Ha! Das sieht witzig aus tatsächlich. So, hallo Xing. Ding. Wow, wow, wow. If it isn't my favorite corporate shill. Hello, Mann. How wonderful. I haven't seen you in ages. My goodness, you seem cheaper. You'd be amazed what access to total media surveillance will do. Destroy your faith in humanity? Exactly. It's really quite amusing. It's like reality TV only, you know, real. How did you get in here? Oh, I had a word with the guards. Sorry, I always mess that up. I had a sword with the guards. Say. Yeah, that sounds like the old little wank. Does Zilla know about this? This is strictly on the QT. I'm actually here for a friend. A, uh, a miss Gamiko. Gamiko? Who is she? I was worried about her the last time we chatted. She seemed nervous. Tell him I'm fine. She's okay. Been through a rough patch by hanging in there. She sent me to get her notebooks. Well, now this is awkward. She gave me very specific instructions not to give them to anyone. Come on, Zing. You know me. My point exactly. How do I know you're really here on her behalf and not just trying to sell her research to the highest bidder? Because, uh, because, okay, this is gonna sound silly, but she's actually inside my head. Come again? Her? Body got corrupted and her soul was sick? I-I don't really understand it to tell you the truth. All I know is she's in here. That is ridiculous. Yes, it is ridiculous. It wouldn't make a wonderful TV show, though. I think so. If it were true. But you can't be. Tell him I have to miss Four O'Clock Club today. She wants me to tell you she's going to miss Four O'Clock Club today. She... the... my word. What the fuck is Four O'Clock Club? Gamiko used to come by every Friday at four. We drink tea and watch Jackie Chan movies. Now that is adorable. You proved your point. The drives have tracking chips in them. I'll send you the ship ID, is that? We'll tell you where to fly in them. See, you're the best. I wish you had a body right now, so I can hug it. You mean the one you chopped up and tossed off a cliff? Um... yeah, that's the one. Yeah, I gotta tell ya. I'm not shown in the market for... huds right now. Fair enough. So what's in these... Ah. My experimental data. This is the foundation of my work on CL4906. You mean Shade? Shade is trash. Street crap. It's half of it is being used to it. I didn't know what you mean. Uh, I invented this stuff. Some heavy shit. So, you're responsible for all those junkies in town. Hey, everyone's responsible for themselves. Those people are buying dirty stuff and getting hooked on other drugs? That's on them. I don't take drugs. I conduct experiments on research compounds that provoke visionary reactions. Yeah, yeah. You get high on your own supply. You have no idea what you're talking about. I... ...nehm mal die Abkürzung nach unten. Ich glaub, das geht schneller so. Das wollte ich jetzt so nicht, aber... naja. Handt ja kein Fallschaden, ist also alles wunderbar. So. So, wir müssen wieder raus und dann nach da hinten. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich da durch. Ja, ja. So, doll. Erstmal ganz doll wehtun. Ha! 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 Okay, ein Elite-Floater. Krasse Sache. Wow. So. Wie arg wird ihm sein Elite-Status vor dem Tod schützen? Die Antwort sehen wir jetzt gleich. Denn der Gute ist auch noch verletzbar durch Gift, was? Äh... Was hat sich der Entwickler gedacht, dieser Drohne? Der musste in dem Moment wirklich sehr statistisch gedacht haben, weil, äh... Das ist nicht gerade sehr unfair. Mir geht noch vor, äh... ...die Flinte zu, äh... ...setzen. Die auch noch verletzbar sind durch Gift. Ich mein... Als die angefangen haben, mich anzugreifen, war es ihr Todesurteil. Aber das ist ja noch eine Stufe höher. Nur, wie kann man nun noch mehr zum Todeverurteil sein? Das ist... ...unmöglich eigentlich. Trotzdem schaffen sie's damit irgendwie. So. Alle Gegner werden sterben, aber die, wo verletzbar durch Gift sind, halt... ...die speziell. Die werden so Art von sterben. Dafür sorge ich persönlich. Mein gut, aber... ...seitdem ich diese Waffen habe... ...ist das ja alles eigentlich... ...trivial. Weil alle sterben. Es sterben einfach alle und nichts kann mich aufhalten. Irgendwo freut mich das gerade. So, oh Gott, es will die... ...hah... Immun gegen Gift. So, jetzt wollen die mich aber ärgern. Das ist doch absichtliche Provokation. Und sie sterben einfach alle. Oh Mann. Okidoki. Ich weiß nicht, ist das gerade das Spiel nur? Das war ein sehr krasser Lag. Ich weiß nicht warum. Aber gut, er ist vorbei. Irgendwas... Vielleicht hat er die Festplatte gerade an Engel gehabt. Oh, ich hasse diese Attacke, ne? Nur weil ich sie nie machen will. So, ich muss von weiter weg angreifen, damit der Angriff auch schön erwischt. Wunderschön. Nun, hier haben wir auch wieder ein großes Gebiet. Und alles steht hier zur freien Erkundung zur Verfügung. Das ist sehr schön. Oh Mann. Das habe ich sehr gut gemacht. Wie habe ich das nur wieder hinbekommen? Gut, das ist nicht tragisch. Ist nicht so, als hätte ich das G irgendwie benutzt, so in den letzten Spielstunden. Hallo. Ja. Und was steht hier? Verletzbar durch Stroh? Na komm, dann haben wir mal wieder ein bisschen Abwechslung wenigstens. Na super. Und... Tschüss. Ne, nicht einmal. Ok, dann aber... Oh, was ist denn hier? Oh. Interessanter Angriff. Oh Mann, nehmen wir das da neben... äh springen. Ok, die Minimap geht hier gerade ein bisschen komisch ab. Ich weiß nicht was damit auf sich hat, aber gut. Vielleicht hört es ja wieder auf. So, was ist denn da unten? Kann ich da? Da könnte ich sogar hin. Krass. Was ist das so eine Art... Ist das eine Art Fahrzeug? Oder was soll das darstellen? Sieht sehr komisch aus. Was haben wir denn hier Schönes? Ähm... Nichts Wichtiges offensichtlich. Aber vielleicht ist hier irgendwo ein Secret. Aber... Sieht nicht da noch aus tatsächlich. Dann gehen wir jetzt mal hier lang, wo wir ihn müssen. So, welche Route wäre denn am besten, wo ich möglich alles mitnehme? Weiß nicht, wenn ich hier lang gehe. Hier geht es ein bisschen arg weit runter. Ah, hier haben wir so eine richtig krasse Abkürzung. Oh, verletzbar durch Gift. Krass. Oh, ich habe vergessen, aufzuladen. Hm, ich weiß nicht. Äh... Es geht damit, glaube ich, schneller. Oder... Das haut ihn sogar voll weg. Das ist krass. Das ist krass. Ein bisschen G für mich. Oh, der hat schön erwischt. Nichts. Oh, ne. Jetzt ist er gleich tot. Und tschüss. So, was muss ich als nächstes tun? Anscheinend nur noch die Gegner killen oder was? Ich nehme mich aber erst umschauen. Ist das da unten ein Ort zum draufstehen oder eher nicht? Ja, man kann draufstehen. Man stirbt nicht. Was haben wir denn hier noch alles? Hier wäre doch ein guter Ort eigentlich für ein Secret gewesen. Warum hat man das nicht gemacht? So, ich will die Gegner hinten noch umbringen, glaube ich. Irgendwie ein tiefes Bedürfnis, die alle auszulöschen. Oh, der hat tatsächlich mal nicht so gut erwischt. Sehr wie der Show. Ja. So, dann noch irgendwelche überlegenen Silla-Typen. Oh, cool. Ein bisschen Explosionsschaden. Oh, noch mehr. Ja. Für den fand ich dann aber doch nichts. Ja, sie sterben schnell. Und effizient. So, hier ist noch ein Skill. Was haben wir denn hier schönes? Berührung des Heiles. Keine Ahnung. Ich lese mir die Dinger dann irgendwann wieder durch, wenn ich an der Schanze bin. So, geht es hier oben noch weiter, oder? Okay, hier geht es sogar ganz normal weiter. Ja, was ist das? Das ist sogar der Ort, wo wir ja vorhin waren. Okay, optionaler Weg nur da hin. Hier habe ich sogar noch eine Kiste übersehen. Dann nehme ich mir die noch natürlich mit. Kein Problem. Granaten? Aha. Ja, für den Granatwerfer brauche ich die tatsächlich. Problem nur ist, ich brauche nicht den Granatwerfer. Ich habe den halt nur testweise mal reingepackt, nicht wahr? Ja. So, dann mal gucken. Da unten sind Gegner. Was mache ich mit Gegner denn am liebsten? So, passt mal auf. Das geht dann in etwa so. So. Okay, ich dachte ich treffe ihn damit. So schön. Na so, ich denke, ganz gut erwischt haben. So, ich denke, ganz gut erwischt haben. So.